Hallo zurück bei Bildungshacks, ein Format der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Filii Motak und zeige euch heute, wie zeitgemäße Lernorte aussehen können. Wie gelingt die Verknüpfung von On- und Offline-Welten? Und wie gestalten wir den Raum für technologische Zugänge beim Lernen? Darüber habe ich mit der Mediendidaktikerin Mariam Raffehi gesprochen. Während der Pandemie haben wir im Unterricht eine Social-VIA-Plattform genutzt. Das hat uns zum Nachdenken gebracht über die verschiedenen Möglichkeiten der Zugänglichkeit. Einige Lernende haben die VR-Brille benutzt, um teilzunehmen, während andere mit dem Computer teilgenommen haben. Und ich kann Lernende in VR an verschiedene Orte bringen, die sonst unzugänglich sind, während im analogen Raum es wirklich leichter ist, zusammenzuarbeiten und Teamarbeit zu machen. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, digitale und analoge Techniken bringen verschiedene Vorteile mit sich und auch Möglichkeiten und Veränderungen natürlich. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig zu wissen, welche Lernziele hat man und welche analogen und digitalen Medien unterstützen diese Lernziele. Erfahrungen im digitalen Raum machen und diese gemeinsam reflektieren, das ist das eine. Aber wie lässt sich das in den Unterricht einbinden? Und wie verändern digitale Praktiken wie Virtual und Augmented Reality Lernorte politisch-historischer Bildung? In meiner Arbeit und Forschung mit Studierenden habe ich das Feedback erhalten, dass die Art, wie wir die Studierenden an die Technik heranführen, sehr wichtig ist. Zum Beispiel musste es schrittweise geschehen und durfte am Anfang nicht zu überwältigend wirken, also easy ansetzbar sein. Und wenn es dann noch die Ziele und die Interessen der Studierenden unterstützt hat, dann war das natürlich ein Volltreffer. Und der Grund, warum wir Studierende an die Technik heranführen möchten, ist, weil wir glauben, dass die digitalen Möglichkeiten sehr interessant sein werden. Zum Beispiel, wie wir in Zukunft archivieren werden. Wir können jetzt mit unserem iPhone 3D-Objekte scannen und so die Gegenwart festhalten und eine größere Gruppe von Menschen kann das tun. Das heißt, es ist viel inklusiver und wir gestalten das digitale oder das zukünftige Archiv sehr anders gerade mit. Das ist sehr interessant. Damit solche digitalen Archive als neuer Lernort auch räumlich funktionieren, spielt nicht nur die technische Ausstattung, sondern auch das Mobiliar eine wichtige Rolle. Doch in vielen Klassenzimmern heißt es nach wie vor, vorne spielt die Musik. Für den Hochschulbereich zeigt eine Studie aktuelle Praxisbeispiele zeitgemäßer Lernraumgestaltung. Dabei spielen die Bereitstellung verschiedener Arten von Tischformen und Sitzmöglichkeiten, die Anmietung externer Flächen für dezentrale und kollaborative Arbeit, die Ausstattung von Räumen mit mobilen Monitoren und Raumbuchungssystemen für Lernende eine Rolle. Im schulischen Bereich setzt man schon beim Gebäude an. Das Münchner Lehrhauskonzept sieht gläserne Wände, lockere Sitzgruppen und Werkstätten als Schule der Zukunft. Zu Mariam Raffehis Empfehlung, VR-Technologie als weiteren Lernort im Unterricht einzusetzen, gibt es gerade in Bezug auf den Geschichtsunterricht und das Metaverse hitzige Diskussionen auf Twitter. Der Geschichtsdidaktiker Christoph Palaske glaubt nicht, dass beispielsweise durch sogenannte Zeitreisen Geschichte adäquat nachempfunden werden kann. Gegenargumente verweisen darauf, dass die Technologie nicht unreflektiert und unbegleitet eingesetzt werden sollte, aber auf jeden Fall die Lernenden für den Stoff begeistern kann. Unabhängig von Technologien wie Virtual und Augmented Reality, es gibt viele Möglichkeiten, den Raum zwischen starrem Frontalunterricht und mobilem Lernen zu erschließen und so den Schülerinnen und Schülern eine neuartige Lernumgebung zu bieten, ob kollaboratives Arbeiten in analogen Gruppenräumen oder digital. Vor allem sollte die Lernerfahrung pädagogisch begleitet und auf die Lernziele und Fähigkeiten der Lernenden abgestimmt werden. Das war's von Bildungshacks in diesem Jahr. Nächstes Jahr, am 24. Januar, ist der Internationale Tag der Bildung. Aus diesem Anlass fragt sich die Werkstattredaktion im Rahmen einer Themenwoche, wie gerecht ist eigentlich die deutsche Bildungslandschaft? Auch wir von Bildungshacks werden dieser Frage nachgehen. Bis dahin freuen wir uns über Feedback und Kommentare per Mail, Instagram, Twitter oder YouTube. ridge